Ich sorge erstmal dafür, dass da nicht die ganze Zeit irgendwelche Viecher bei uns dran hängen. Ach, irgendwelche Viecher, ich bitte dich. Passt schon. Nerv mich aber. Voll nicht rum. Das Geile ist halt, dass man zwei Casting-Table kriegt und zwei Casts und auch direkt die Faucets. Ja. So. Ah ja. Ich komm hier rein, ich seh erstmal nur die Sematary. Deswegen sollten wir die da hinten hinbauen. Ach. Hätte ich fast perfekt reingepasst. Hätte ich da reingepasst? Nee, hätte ich nicht. Guck mal, die ist vier breit. Von mir aus baust du da hinten rein, ey. Das hier hinten ist fünf breit. Ja, dann musst du aber da die ganzen Dinger wegmachen. Hi Lisa. Ja, ich mach das ganze Zeug hier hinten weg. Kein Problem. Ja, mach das ganze Zeug dahin weg und baue die Sematary rein. Nein, die baue ich nicht dahin. Wieso nicht? Weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. So wie sie hier ist. Also literally, so wie sie hier ist, funktioniert sie. Aber am Ende mach ich was kaputt. Wir haben 45 Buckets Lava. Ja, ich habe 45 Buckets Lava. Ja, die ganzen Tanks habe ich gerade voll gemacht und in jedem sind vier. Ich habe unten den kompletten Lava-Teich. Der ist nur zur Hälfte da. Der ist fast nicht mehr vorhanden. Also ich habe ganz, ganz viel Warm Meat übrigens mittlerweile. Gut. Das kannst du oben in die Kiste werfen. Mh, habe ich gerade gemacht. Ich schmelze mir eben das Eisen ein. Wobei, ne, du wolltest ja, ähm, du willst das Ding ja noch verschieben, ne? Nein. Doch, wir verschieben das jetzt. Damit du mich nicht nervst. Ach, aber das geht immer schneller, wenn du so machst. Ja, ja, aber nur, ich habe keinen Bock da die ganze Zeit immer die, um den Spitzhacker draufzubauen. Ja, das ist jetzt fünf. Lass wir mich rechnen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal, äh, weinen. Was denn? Copper. Copper. Weißt du, du kannst mal hierbleiben und zugucken, wie man eine Smelltree baut. Ich reiche mal eine Smelltree baut. Mh, warum sagst du denn, oh, ich kann das nicht, aah. Weil ich meinen gehe. Ich bin so eine arme, kleine Kirchenmaus, ich kann gar nichts. Bin ich auch. Problem ist, ich weiß nicht. Huch, Katze. Was tust du denn hier rum? Warte mal, ich, ich, ich möchte dafür eine Eisenspitzhackleber. Ähm, und ich möchte Level verteilen. Das ist eine gute Idee, musst du das mal machen. Ähm, Controls. Ah, da. Ähm, so. Äh, wie? Wie da? Wie ist da? Ich hab den Keep einverlegt. Wo ist der? Bei irgendwas mit Leveling. Muss man mal gucken. Was machen denn, haben denn meine Klamotten für eine, ach, die brauch ich eh nicht. War das eher unten, oder? Äh, das ist irgendwo bei, irgendwas mit Leveling. Irgendwas mit, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Warte, ich kann gleich gucken. Hallo. Spiel. Manchmal hängt der so ein bisschen. Aber wir sehen, wie ich jetzt mal welchen Menü aufrufe. Äh, Options, Controls. Inventory, Multiplayer. Inventory, Multiplayer. Inventory, Pads. Weapon Levels. Ja, genau. Weapon Levels. Auf was hast du's gelegt? Äh, auf meine Makro-Taste. Ah ja. Auf woher. Ach so, hm. Ja. Auf meine M3. Ich hab 15, warum mach ich nicht nur 11 von den Dingern. Mach irgendwie, ah. Weil da nix, weil da weniger drin ist. Hm. Oh, mein Bumerang hat jetzt Chained 2. Äh, nicht mein Bumerang, mein Jojo. Tch. Ich treib's halt mal. Also, wenn wir die Smeltery quasi an der Wand haben. Hm, ja. Weil theoretisch müsste man's normalerweise so machen. Der Vorteil ist, hier sind keine Creeper. Ja. Guckst du, normalerweise müsste man das so machen und es dann rausbauen oder höher bauen. Nur, ich kann's auch natürlich in die Wand setzen. Nee, mach ruhig so. Also, ich kann nur noch einen nach hinten gehen. Wir haben ja hier genug Platz drin. Ja gut, das Ding hier in der Mitte werden wir nicht wegkriegen. Ja, das stimmt. Deswegen. Ja, sonst auch nochmal eins nach hinten. Ja, ich setz nochmal einer hinten. Können wir uns auch noch zwei nach hinten setzen, dann ist es noch schöner. Nee, einer reicht. Ja. Ich würd' Eisen. Bist du auch noch Eisenspitzhacke noch? Äh, würd' ich nehmen, ja. Oder soll ich noch mal eine Pexel bauen, nochmal? Wie war das? Ähm, ich find Eisenspitzhacke schon gar nicht schlecht. Ach, warte, dann kann ich lieber die nehmen, die sieht man eh nicht. Ah, okay, so baut man die Pexels. So, baut man Pexels. Liegt da. Hab ich, glaub ich, schon aufgesammelt. Noch Zeug droppen, umlegen. Aber ich find, auf Q kommt man so. Aus Versehen. Nee, jetzt, weißt du, so, so, da ist es dann so, ups, ich hab aus Versehen, ne? Find's auf Q kommt man aus Versehen? Ja. Echt? Okay. Weißt du, wie häufig ich aus Versehen meine Senjato deswegen entzogen hab? Okay, fair enough. Du bist hier der E-Sportler, nicht ich? Ja. Nee, die Sache ist eher so, wenn man, äh, gerade im Spawn war. Und sich kurz über die Gegner aufgeregt hat. Äh, warte mal. Ich möchte sowas ausprobieren, und zwar... Äh, Inventory. Puh, okay. Nee, das braucht die, da brauche ich für die Grains. Alter, Katze. Mach mal Lärm, ey. Voll Radau, die Katze hier. Und Heiligmann-Granaten werde ich auch erstmal nicht brauchen. Die Katze macht voll Radau. So, Drain, Drain, Fawcett, Fawcett. Ich hab Koppa. Hier, Bord, zwei Blöcke ab. Erstmal Koppa. Hallo DestroyTV. Wie viel Glas haben wir? Weißt du das auswendig? Nee. Weiß ich nicht auswendig. Komm, das war aber anders. Okay, wir haben zu wenig. Natürlich haben wir zu wenig. Äh, Spattery fertig? Ja. Dann natürlich mal Koppa da reinwirft. Ja. Für die nächste Quest. Ich werfe nochmal Eisen hinterher, ne? Kommt da draußen nicht irgendeine Legierung? Aber wir brauchen auf jeden Fall acht, äh, Eisen. Äh, acht Koppa. Werden wir dann merken. Und ich hab nicht mal nochmal Lust zu dingsen. Oh, dann gehol ich welche. Wer die Türen vor auflässt. Ja, guck mal. Geil, ey. So. Okay, warte mal. Was waren jetzt eigentlich die Kasten, die wir haben? Achso, die Portable Tanks, ne? Äh, so. Ähm, you're going to survive. You need more than some crusty leather armor. Your smeltery can assist you in the creation of obsidian, which you can then use to make so much battle protection. Tip, obsidian is made in the smeltery by pipping water and lava back through a drain. Then pouring the liquid obsidian into a casting basin. Toll. Ah, okay, man braucht die Portable Tanks und dann kriegt man die Casting Basins. Und die Portable Tanks. Jetzt hast du schon rausgefunden, wie man sie baut. Ja, deswegen brauche ich noch Glas. Vier Stück. Also ein Portable Tank kriegen wir schon hin. Momentan. Ja, läuft doch erstmal. Naja, mit dem Kopper. Äh, warte. Glas bekommt man aus den Büschen, ne? Ja. Gold Nuggets. Errors. Kupfer liegt im Crafting Table. Ah, ne, bleibt nicht drin. Okay. Dann lege ich sie in die Kiste. Brauche noch zwei, ähm, Dingens. Was? Weißt du was? Ich nehme mal das Glas und baue schon mal einen Tank. Zwei Glas brauche ich noch. Hm. So, ein Portable Tank. Wonderful. Sounds. Meine Fresse. Ich nehme nochmal für alle Fälle ein Bucket mit. Das ist ein Hopper. Ein Bucket habe ich gesagt. Aber wir brauchen ja dann Wasser. Wir müssen ja dann, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, Obsidian in der Smelltree, Wasser und Lava durchüber die... ...quasi Wasser und Lava in den Tank. Das ist ziemlich doof. Wo haben wir denn Wasser? Achso, direkt vor der Tür eigentlich, ne? Ja. Das ist doch Wasser, oder? Ja. Weil das aussieht wie Pipi. Aber ich habe Plansch. Aua, aua. Ah! Geh weg, du blöde Wespe. Aua. Oh ja, ist rot. Sehr gut. Sooo. Zack, 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 zack. Was ist das Kopperin? Ich habe da schon einen Portable Tank gebaut. Ja, aber es sind ja noch vier dann übrig. Ne, ich hatte nur vier. Oder habe ich nicht alles rausgeholt? Du hast doch nicht alles rausgeholt. Achso, ich dachte, da wären nur vier drin gewesen. Ne, das war das Eisen. Alter, wir passen da rein. Ein Portable Tank viel. Ja, ich hätte wahrscheinlich auf Input einfach stellen können. Es ist ein Tank, ich bitte dich. Ja. True Story. Sag mal, kann das Ding hier mehr? Du kannst gleich mal die Quest abgeben. Mhm, mache ich. Mach der vor allem von alleine, das ist ziemlich cool. Den ganzen Quatsch mit dem Claiming und so muss ich alles gar nicht machen. So, wir kriegen den Casting Basal, Harden Fluiduct und Harden Servo. Oh Gott. Okay, wo bauen wir jetzt das Ding hin? Wir brauchen eigentlich nur eins für Bricks, oder? Ja. Dann bauen wir eins von denen ab und dann sitzen wir da. Über den Casting Table kommt der Casting Basal hin. Und dann, wofür ist der Harden Servo? Ich hab mal einen Kessel dran. Ich weiß nur nicht, wofür das gut ist, das Ding. Achso, warte mal. Ich könnte theoretisch... Ich hab gerade mal... Oh, komm schon, Game. Ich hab gerade mal eine Idee. Was? Eine Pump. Eine Pump? Das ist die nächste Quest. Ah, zwei Portable Tanks! Und fünf Steered Bricks. Ein Fluid Extraction. Okay, wir brauchen Nickel. Wie macht man Nickel? Kann man auch noch finden. Gibst du mir mal deinen... Ach nee, ich kann auch das Casting Basal nehmen. Ich will mal das ausprobieren. Ich will das vielleicht hinkriegen. Oh, das ist in meinem Menü immer so ruckelt. Also so hängt Kurzeitig immer. So, das auch, wenn du E drückst? Äh, ganz... Manchmal. Das ist irgendwie andauernd. So, wir brauchen... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte brauchen wir? Brauchen Watte? Nicht ganz. Nee, muss ich tauschen. Das nicht. Schmerzen wir ein bisschen. Komm, wir sollen in das Matter. Mach ich. Weiter müssen wir nämlich wieder Grout herstellen. Problem. Brauche allerdings einmal... ...den Kram hier. Das ist mein Faucet. Das funktioniert so nicht. Nicht? Nein. Ne, weil kein Faucet da ist, ne? Ja, der Faucet, äh... ...auf den muss ich halt draufklicken dafür. Ja. Gut, dann machen wir das hier trotzdem so hin. Kann ich das abbauen und da nochmal den Lava-Tank hinbauen. So. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist jetzt, ähm... ...Wasser und Lava. Kannst mal eben gucken, wie lange deine Folge geht. Äh, bisher geht die jetzt... ...vorhin hab ich um 36 angefangen. Okay. Warten wir sehen. Wir sind ja schon in Folge 3. Ach du Kacke. Klar. Redstone haben wir auch. Das heißt, wir brauchen nur noch... ...Glas und Nickel. Du darfst die aussuchen. Wer ist Glas oder Nickel sammelt? Okay, das hier geht schon mal nicht. Gibt's denn da rein? Ich geh mal Glas suchen. Ja. Uh. Uh, 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 uh. Was klar da draußen? Wollte nicht. Ja, ich bin rausgegangen und von der einen Seite von Skorpion angegriffen und von der anderen Seite von so einer Wespe. Ach so, ja dann. Dann geht's doch. Das war so wieder erschreckend. Hm. Vorne wird ein Blitz oder so was von, von... ...irgendwas anderem angegriffen. Ein Basalz. Ein Basalz? Ich hab einen Basalz getötet. Hm, da ist jetzt Wasser drin, aber das bringt mir nichts. Ich krieg's denn hier nochmal Wasser rein. Warte mal. Äh, by piping water and lava back through a drain. Die Rückseite von unserem Haus sieht grad richtig geil aus, ne? Ich würd's gar nicht wissen. Ne, weil, weil da hinten ja die ganzen, die Lava-Tanks sind. Ach so. Ah, hier ist es. Ja, hier ist es. Und dann müsste er eigentlich von selbst... Ah, ja. Okay. Dwight Sand. Ich weiß. Nice. Kananum, Kananum? Kananum? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei, zehn. Natürlich nicht. Wär ja auch sonst so einfach gewesen. Wenn man den Dry Sand benutzen könnte, um Blast herzustellen. Ja, ich bitte dich. Ich hab's viel Wasser reingepackt. Egal. Äh, warte mal. Wir haben doch Redstone-Clocks bekommen, ne? Scheiße, macht ihr die aber durchgehend. Ich will ja nur obszenieren. Ich will ja sonst nix. Bibi. Meine Fresse, was ist das denn? Hm? Wohl grad im Wasser von irgendwas angegriffen. Ein E-O-Way. Ein E-O-Way. Ein E-O-Way. Gesundheit? Frag mich nicht. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ich auch nicht. Ein E-O-Way. Ein E-O-Way. Was hab ich hier noch? Ein Bucket. Okay. Ich wusste nicht, was ein HDMI-Kabel ist. Das ist aber... Eieiei. Ach, jetzt hab ich schon wieder draufgeklickt. Mann, wollte ich... Alter, S-Cut. Komm mal raus. Komm mal raus. Wohin? Einfach mal raus. Wohin? What the fuck is this? Ja. Hinter dir. Die sehen aus wie die Dinger von Half-Life, oder? In der woher kenn ich das Teil. Das kommt mir wie bekannt vor. Aus irgendeinem Game ist das. Das gibt's in... Ach, kommt aus irgendeinem Videospiel. Oder ist das aus WoW? Kann sein, dass es die in WoW gibt. In irgendeinem Game gibt's diese Dinger. Strider, genau. So heißt die. Ein Stre... Ein... Ein... Ein Streiker. Striker, wie auch immer. Alter, die sind krass. Ich will's töten. Warte mal. Jojo. Tot. Alter, scheiß Ninja-Looter. Waren drin. Epic Lootback, Prismarine Crystal, 6 Warfish und 2 Prismarine Shreds. Ich will ja wissen, was in dem... In der Epic Lootback drin ist. Äh... Sieben Glowballs. Ein Funk of Flash. Und... Ähm... Irgendwas anderes. Seltsames. Hinten wir jetzt was. Hinten wir jetzt was. Jojo, ist cool, ne? Ja, das geht klar. Aua. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nee. Aber das war ein Klink. Gut, das ist natürlich, ne? Ich... Gut, dass wir so ein Diamant-Ding haben, ey. Geht halt auch einfach nicht kaputt, ne? Ja, doch. Das wird schon irgendwie kaputt gehen, aber es dauert halt. Das Ding hat eine Durability von... 1561. Läuft. Das find ich okay. Jetzt hab ich's noch drin. Achso, ich hab nicht genug Wasser. Waiting for Server. Echt? Ja. Bei mir ist alles gut. Letzt nicht mehr. War nix. Der ist nur draußen und schreit irgendwas an. Ein Manticore. Ach, ein Manticore. Nehm ich. So, wofür baue ich das jetzt eigentlich alles gerade? Läuft schon. Machst du schon. Kriegst du hin. So, warte mal. Suck it up. Ne Pumpe. The process of gathering fluids can be simplified with ranged pumps. They require no energy and will replace the blocks with cobblestone to reduce lag. Keep in mind that the pump scans down to bedrock, so you may see a delay in fluid be sucked up as it scans. Tipp. Der internal tank holds 32 buckets. Place another tank on the pump to transfer liquids. Dafür kriegt man 20 compressed obsidian. Und eine Hightech Bench. Okay, wir brauchen so eine Pumpe. Wie baut man so eine Pumpe, Jakob? Ich baue die gerade. Ich baue mal eine Pumpe. Ich baue gerade brav. Ach, wir brauchen noch Nickel. Wir brauchen noch Nickel. Ach, wir brauchen noch Nickel. Okay, für Nickel müssen wir aber meinen. Ja. Ah, kriegst du schon hin. Ach, schade. Ich meinte Chili. So. Nickel ist wirklich das letzte, was wir noch brauchen. Ja, alles andere war eigentlich, ne? Ja, kannst du mir die, die, ähm, Dinge jetzt auch schon mal geben? Die was? Die, äh, Fluid Tanks. Meinst du den? Den? Die sind, da ist noch was drin. Dann mach dir mal alle. Wo, ich weiß nicht, wohin. Das, da sind irgendwie, weiß nicht, 30 Buckets Wasser drin. Dann lass dir was einfallen. Ja, du bist witzig, ey. So ganz, dass wir obsidian machen. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab schon sieben Blöcke. Ich hab nur gleich keine Lava mehr. Weil ich dafür den anderen Tank brauche, für die Lava. Dann schüttest Wasser raus. Ganz ehrlich. I don't know why. I don't know how. Du kannst dann mit dem Bucket einfach wieder rausholen. Und wo geb ich's dann hin? Du suchst nach Nickel. Nickel, ich führ das Ding aus. Nickel, here we come. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich check mal die Map. Hab ich bestimmt, äh... Wir sind echt schon weit gekommen. Die Map, die Journey Map ist immer noch genau so rund wie vorher. Ja? Wir haben uns nicht ein bisschen wegbewegt. Ja, das ist echt krank. Also Nickel, sagst du, ne? Nickel war aber auch eins von denen, die... Warte, 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 warte. Moment. Bevor ich jetzt unnötig suche, das steht doch in dem schlauen Buch drin. Dafür haben wir das schlaue Buch, ja. Dafür hat Tyrion uns das noch mitgegeben. Genau für solche Momente. Dafür, dass wir jetzt gucken können. Also, in dem schlauen Buch steht drin. Ähm, so. Resources are very limited in this period of time. Iron, Copper and Nickel ores can be found along with Redstone. The Dawning. With the assistance of Doc Emmett Brown, you will construct the DeLorean. This vehicle using 1.21 GW of Redstone Flux Alderwatt and a combination of biodiesel fuel will launch you back in time. To before you battled the great titan Brahimic. To before the great war between the Dragonflight and the old gods. To before the earth was tainted by any hands, human or other. This does not mean it's peaceful. Quite the opposite. Nator. Das bedeutet, wir müssen auf Redstone Ebene. Ja. Aber das Problem ist, ich fürchte, hier ist alles eh ein bisschen anders. Ich kann mal eben was testen. Ähm. Das geht. Oh. Strip Mining ist immer noch deaktiviert. Also meins wir müssen tiefer? Ja. Dafür haben wir eigentlich gerade. 56. Das ist noch ein bisschen viel. wie sieht es mit essen aus können wir irgendwann mal früchte essen stimmt was habe ich eigentlich für den nutrition werde gerade 43 nur gut da kannst du mir mal fackeln vorbeibringen ich glaube wenn ich das gleichzeitig ich habe natürlich eingesammelt das müssen wir zwei sechs haben gefunden das andere wäre auch langweilig gewesen iron habe ich schon mal gefunden 42 ich habe außer den screenshot gemacht die journey map an der stelle hier sind große lücken das obsidian alle also aus dem tank raus ach so ja ja mach mal ich habe jetzt ich habe einen ganzen batzen sachen gebaut ich habe sieben acht blöcke gemacht hier körper ich glaube ich in der hülle gefunden ich sehe schon einen namen darum fliegen das schon keine gute voraussetzung okay die höhle ist auch hier direkt zu ende beziehungsweise fängt hier gerade an 10 obsidian haben wir jetzt ich glaube nicht weil ich habe noch mal so ja dann haben wir jetzt 17 ja die brauchen wir gleich ich weiß ganz zufällig dass man als nächstes sich eine obsidian rüstung bauen darf aua aua ich komme nicht hoch alter ma ma das gibt es auch nicht komm her aua alter was ist das denn hör ein klink hör unter der hör geh weg geh weg geh weg geh weg ich komme nicht nah genug dran du meinst du war als nächstes so ein icon von so einer obsidian rüstung ist ne weil ich das let's play von mischief geguckt habe in erster linie in erster linie deswegen nickel brauchen wir ne ja hm wie sieht nickel nochmal aus ein nickel ein nickel ein nickel brauchen wir wie ist der nickel weg sagste ja nickel ich habe welches gefunden ich habe nickel du idiot ich habe auch welches ich bin hier einmal runter gegangen gucke einmal geradeaus und sehe das ganz ganz wie ein nickel das kann doch nicht sein der zieht so scheiße ah was ist das denn ah 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 hilfe hilfe ah what the fuck hilfe aua 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 wie kriege ich es los oh oh alter ich gucke nach oben und sehe nochmal 5 nickel alter weißt du was ich gerade hatte ich hatte gerade ich hatte gerade einen facehacker was ja ah das geht gar nicht ich hasse diesen modpack jetzt schon ich hasse es und seine ganze sorgschaft alter ich hatte gerade einen facehacker der konnte dich kaum treffen ich muss immer eine pizza essen auf den schock muss ich erst mal eine pizza essen oh oh warte mal 36 ja das reicht das ist besser als äh hardcore modus äh dingenspiel ja echt ich mache mal eben kurz äh folgenende ja eine sekunde oh wir müssen erstmal hier verschnaufen einen moment und